hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge space engineers für anfänger mein name ist special sinus beim letzten mal habe ich ja gesagt dass ich für immer sinus wert heißt das war nett nett das was ich sagen wollte eigentlich aber lasst mir dann einen daumen hoch da wenn euch das soweit gefällt und abo ist auch nicht schlecht wir waren ja beim letzten mal hier stecken geben alles aufzubauen als wichtige und ich merke dass meine videos irgendwie ganz seltsam angeschaut wird angeschaut wird deutsch wieder weg super und zwar nur drei vier minuten obwohl es ja eine halbe stunde geht also ja kann ich ja nichts ändern bewundert mich aber die paar leute wo jetzt zuschauer im moment da bin ich echt froh dass ich zuschauer nur die statistik sah halt immer komplett was anderes ich bin froh dass ich überhaupt zuschauer habe das soll jeder der youtube sind also jeder youtuber so dass haben zuschauer es wäre ja schlecht wenn das umgegiert wäre lauter youtuber nur follower und keine zuschauer so wir waren ja hier stehen geblieben energie problem und so weiter wir bauen jetzt heute eine batterie das gefolgt wie so mit hier oben steht hier immer alles dabei ist eigentlich über alles erklärt wenn ich jetzt lb und x drücke kann ich zwischen klein und große blöcke wechseln das kommt dann später mit einem raumschiff und wenn ich hier durch wechsel das erste ist was man zuletzt kunstprojekt hat also was man zuletzt gebaut hat quasi das war ja hier die die windanlage und die rafinerie und das die montageanlage einfach und wenn man hier RT und LT drückt auf dem controller dann kann man wechseln und dann muss man bis zu der batterie wechseln wie jetzt hier und dann halt die bei auswählen und für die batterie brauchen wir stahlplatten ich mach das mit dem konstruktion planer immer gern und sage ich sollte es einfach mal herstellen und das verarbeite ich weiß man muss das zu ende und in der zwischenzeit muss ich wieder bohren ok das weiß ich schon ok das weiß ich schon das geht so jetzt ja youtuber ist also wir meinen schon auf dem thema sind bei youtube youtuber ist doch schon anstrengend dieser vollzeit quasi job immer irgendwas zu produzieren ist eigentlich schon wie ein normaler beruf ist ganz so einfach rosa gucken dass man nichts falsch macht so wie jetzt ne ja es ist ganz so einfach das hätte ich mir leichter vorgestellt es gibt aber auch kein tool wo du dann irgendwie die beschreibung und so automatisiert das gibt es halt lieber nicht das war alles echt aber ich wollte hier schon youtuber wäre da war ich grad nur 14 und das war vor keine ahnung ewig halt schon wieder her darf ich das schon als berufs ja mein normaler beruf gesehen aber das 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 halt ich bin jetzt zu der zeit vor allem meine technischen geräte waren auch noch nicht dafür ausgelt was hier jetzt alles funktioniert und ja mittlerweile bin ich hier in einer Ausbildung auch schon länger her die macht mir echt viel Spaß deswegen ist das eher anstrengend wenn ich dann... deswegen kommt er so weh nicht voll erstens von das kann ich leider halt wenigstens viel das ist halt so ich bin menschen an Bedürfnissen die mir so gestellt wäre wie schlafen anders wenn ich nachts mache so wie manch andere youtuber die das schon könne weil sie schon so viel Follower haben und so viele Aufrufe und was auch immer klappt das halt eher ja so batterie ist jetzt gebaut wir haben eine energie zufuhr von aktuell ja 400 kilowatt gespeicherte energie liegt bei 900 kilowattstunden und sie ist dann vollständig aufgeladen in fünf stunden das ist echtzeit das heißt das kleine ding betreibt gerade die batterie bzw wird somit aufgeladen und die restliche geräte laufen im innergrund das heißt soweit ist die energieversorgung aufgebaut das geht schon wieder die sonne oder toll ja das sind die anfangsschritte die erste drei folge würde ich jetzt gemacht habe beziehungsweise so dass jetzt momentan noch läuft die sind ja sie sind hier die wichtigsten und ja es geht jetzt um was ganz anderem und zwar jetzt müssen wir etwa getreten aufbauen da ich kein jetpack habe geht das schlecht also müssen wir ein fahrzeug bauen das transportierfähig ist jetzt können wir uns entscheiden flugfähig oder fahrfähig die basis ich habe keine weitere gegner eingeschaltet also ist die erstmal sicher es gibt nämlich hunde hier auf dem planet die könne dann die basis zerstören und dann ist das heißt jetzt wird das ganze interessant weil flugfähige fahrzeuge können wir leider nicht bauen noch nicht das dauert noch das würde schon gehen wenn man die benötigen materialien dabei hätte oder schon gefunden hat zum beispiel dieses für die gitter zuerst zur stelle dieses kobalt das sollte man dann schon dabei haben oder zumindest in der nähe aber ich weiß ja nicht wo es jetzt ist deswegen baue ich mir erst mal ein fahrzeug was vielleicht mal vier röder hat oder vielleicht sogar drei wenn mal was ganz speziell ist die möglichkeit ist grenzenlos würde ich mal genau indirekt sagen muss halt eben nur auf energie und so weiter aufpassen anpasst alles jetzt kann ich ja mal gucken jetzt sollte die batterie immer noch geladen werden ach sieht gut aus bei mir eine windturbine bei solarenergie wäre das jetzt schlecht aber was passiert wenn ich das rein stopfe tja gut dass es sich nicht entlarbe das ist ein hoher vorteil weil wenn man hier minus energie mache auch nicht gut so produktion ich habe mich jetzt nicht deaktiviert so wahrscheinlich ist das noch na so wir haben hier eine energie problem gehe ich nochmal ins versandungsvehigel oh mein chatpack da war noch ein bisschen eis drin da ist immer noch ein bisschen eis drin und wir haben hier flaschen das ist auch wichtig das habe ich dies nur vergessen ich will das hier als let's play tarnen also muss das als let's play durchgehen so wir haben Flaschen die Dingsflasche könnte ich aber trotzdem eigentlich da rüber packen weil das macht wenig sinn also Frachtcontainer hier wird alles übrigens aufgelistet wenn man hier einmal rechter Stick reindrückt kann man den Filter verändern dann kann man hier durch wechseln ich mache das meistens immer auf hier also auf alle Inventar ist das nennt sich das dieses dieser Block oben ich kann es jetzt gerade nicht zeigen weil die Maus deaktiviert ist wenn ich es kurz ausgestipselt habe weil in Forza bei der Xbox gibt es ein Problem damit ja habe ich wieder vergessen einzustecken ja so ich müsste hier halt das Zeug rausholen und das wird erst angezeigt wenn man einmal auf den rechten Stick gedrückt hat das ist genauso wie hier drüben auch habe ich schon da wird nämlich dann nur Survival Kit angezeigt Problem bei der Sache die sind nicht zusammen angeschlossen deswegen kann ich nichts von hier außerhalb was rausholen das ist das weitere Problem ich schweige manchmal schön zu Ende wenns da mal will jetzt fehlt jetzt fehlt eine Stahlplatte schon wieder das ist so wie geht das halt so wenn ich so weiter fange sammeln 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 da habe ich gerade wieder der Blockkappe gemacht das kommt automatisch übrigens in den Inventar das Ganze dazu ja das dauert ich finde aber es macht am Anfang am meisten Spaß sich Sachen zu bauen die dann am Schluss noch funktionieren also sollen am Schluss noch funktionieren mein Deutsch ist da wir da irgendwo im Hintergrund abgehört so ich versuche das hier irgendwie schon zu erklären das ganze System das ganze System sehr leiter ist mein Deutsch halt die wird dann auch nicht so viel so geeignet würde ich wohl behaupten aber ich will trotzdem den Leuten beibringe wie ich auch schon gesagt habe mit meinem Club das ist sicher aber ja ich kann nicht schweißen ich kann nicht die Bote wegschweißen ich kann nicht die Bote wegschweißen sonst gibt es nur und ja das wäre wenn das euch gefällt was ich hier mache gehn mal ein Dumro das hilft mir voll und wenn nicht ich versuche ja nur zu helfen ich werde auch auf jeden fall den flugseminator spielen und das hat mich ausgeblich wenn er auf die konsulte kommt ich halte zwar irgendwann irgendwie den druck aus aber danke dann schon mal voraus schreibt mir in die kommentare vor allem hier bei space engineers gab es ja einen youtuber der leider nicht mehr youtube macht quasi also keine folgen mehr hochlädt der nannte sich äh mr flag und dem war ich ja schon im stream früher da habe ich mir gefreut dass das piratenspiel äh sing of the game ist da habe ich ja selber gesagt im stream selber ich bin doch kein youtuber ich bin doch ganz am anfang oder kennt ihr den kerge der macht auch gerne videos über die spiele würde ich gerne jedenfalls bespielen die er spielt eigentlich über zum beispiel scrap mechanic und simple planes und simple planes obwohl ich hier simple planes habe aber leider doof meint also daher wie ihr die dortfolge sehen wollt was ich schon mal gebaut habe beziehungsweise wenn ihr euch überhaupt erinnern könnt bei kerge gab es ein video gab es ein video habe ich sein flugzeug nach gebaut quasi war ganz lustig der fand das so cool da war ich ziemlich froh dass ihr es cool fandet ja das wird das aaron wie viele minuten sind wir dann schon bei 19 die zeit vergeht ja wäre schon lustig wenn ihr mir folgt wäre ganz nett so ein liebweil YouTuber ist schon ein Traum aber ein sehr anstrengender Traum leider Gottes 4 Stunden dauert nämlich lang also dann sind es noch ungefähr 4 Stunden halbe stunde geteilt durch 2 4 stunden das sind 8 stunden das heißt 8 folge ist die batterie voll dann muss ich noch 8 folge machen bis die batterie voll ist cool ja stimmt ich hatte ja was vor 1 2 3 ja 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 und die seite Nummer 3 hier Nummer 3 upsala kratztaste ich will nicht abstürzen ich will jetzt nochmal 4 bauen mit Solarpedal so dann lasse ich ihn dann erstmal power das die batterie voll schnell lädt 11 stunden hab ich mir fast gedacht ich muss mich mal kurz angucken ich muss mich mal kurz angucken ich muss mich mal kurz angucken ich bin hier Ärzte drunter das wird dann hier eigentlich angezeigt seht ihr hier hinten die weiße Flecke ganz leicht hier wo ich jetzt mein Fadenkreuz habe da sind auf jeden Fall Ärzte drunter das erkennt man direkt und hier hinten ist noch resources Stein da könnte auch was drin sein hier oben ist eine andere weiße Flecke das ist eine neue Idee die zerstörer sind ja oh ich kann sogar alle bauen uiuiui bauen wir hier da 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 ach bestimmt doch nicht das ist erstgleich wenn es 0 steht da Nächste Folge, wenn man dann langsam so angeht das Fahrzeug zu bauen Vielleicht durch eine hohe Feuerbesource ohne, dass man das irgendwie erspart bleibt Steht jetzt, oh, eine Stunde, jetzt sind es nur zwei Folgen Ah, das kann zugewöhnlich variieren Vorhin war es optimal, es waren 400 Kilo Watt Ah, die trennt sich, die werden immer schneller Obwohl das ihr eigentlich nicht richtig seht Aber gut Ja, da füllen sich die mal langsam Und die gehen bitte runter Achso Die in der Mitte Tritt sich langsamer als die außen Oh, oh, oh Hier ist jetzt das neue Feature mit dem Wetter Das war in den einen letzten Updates Kleiner Sandsturm müsste das sein Das tut die Sicht verschlechtern Das ist ganz cool gemacht eigentlich Was sind die? Optimal Ich hätte jetzt gedacht, dass der Wind das noch mal ein bisschen mehr antreibt, aber Aber hier sieht man jetzt unten Energie Also beziehungsweise das Gelbe unter meinem Unter meinem Kreis Wo ich in der Hand habe hier Das kann ich ja schlicht sagen Da steht jetzt O2 niedrig Und es ist heiß Das bedeutet ja auch Energieverbrauchshöhe Was gefällt mir denn? Was gefällt mir denn? Das ist ein bisschen Abgeschweißt? Also abgeschweißt Das sollte natürlich nicht passieren Man soll ja immer gucken, dass das funktioniert Wenn ich hier jetzt hier Block Kann ich hier nur ganz schnell sagen Ich bin hier schon bei 27 Hier ein Block Das ist ein Respawn-Schiff Das wird entfernt Das gilt aber nur wenn der Timer an ist Der ist hier deaktiviert Also braucht man sich da keine Sorge zu machen Aber wie ihr seht Die Energie verschwindet Das heißt Was sagt die Batterie? Noch 6 Stunden Ja das dauert zwar noch ein bisschen Aber es kann ganz schnell Wechseln Das wäre der letzte Schritt Das erstmal hier Entweder Fahrzeug zu bauen Oder erst mal wirklich Survive-Kids zu bauen Das wir uns dann Am Leben hält quasi Mit Energie haben wir jetzt wirklich Das ist jetzt kein Problem mehr Das sind nur 50 Minuten Das ist voll okay Aber das ist halt immer das Problem Wenn halt hier bei mir jetzt sterbe Können wir hier nicht mehr spawnen Falls dann keine Energie mehr hier drin ist Das ist ja dann eigentlich schlecht Jetzt müssen wir sich erstmal Bei dem nächsten Modus rumkümmern Also sag ich jetzt mal Tschüss Und bis zum nächsten Mal Mit meinem Let's Play Und ja Dann sehen wir uns jetzt echt Beim nächsten Mal wieder Tschüss